Das war eine super Gebetszeit. Und Jeremy Pascal und Kim Sofocles haben wenig geschrien heute. Das war richtig toll. Und ich habe noch 15 Minuten bis zum Gottesdienst. Perfekt. Okay. Wow. Herrliches Herbstwetter. Ich liebe es. Das wird so gut heute. Oh nein. Ein Schleicher. Was ist das denn für eine Gurke? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Meine ganzen schönen Steuergelder fließen in irgendwelche Bildungsprogramme und sind trotzdem nur Analphabeten auf der Straße oder was. Nicht mal Schilder lesen. Hier ist 70, Mann. Nicht 40. Okay, Rahe, jetzt nicht zornig werden. Mann, du. Okay, ich habe ja diesen Ratgeber doch mal geguckt. Also, Wege der Ausgeglichenheit. Genau. Wie sie ihre Emotionen unter Kontrolle halten. Positives Denken. Es ist doch alles gar nicht so schlimm. Genau. Hey. Es ist alles gar nicht so schlimm. Ich bin gut gebrannt. Ich bin gut gelaunt. Ich bin absolut die Ruhe selbst. Also, super. Und, ach, da ist er auch schon weg. Und damit auch alle meine Probleme. Oh, da vorne ist rot. Schön. Sehr gut. Endlich Zeit zum Durchatmen. Und vielleicht doch mal wieder Zeit zum Losfahren. Grüner wird's nicht mehr. Fahr doch, fahr doch mal, fahr doch zur Hölle. Der Lienstraße. Fahr zur Hölle Der Lienstraße. Nicht fluchen, Rad suchen. Also, wie du das noch mal in diesem Ratgeber? Genau. Soaking statt fighting. Mit schöner Anbetung aus dem Sturm in die Stille. Musik. 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 Gut. Okay. Ich segne euch alle. Ich segne euch. Und genau dich da vorne. Ich segne dich. Ich segne dich. Blindschleiche da. Ich segne dich. Genau. Ja. Ich segne euch alle. Oh, wow. Okay. Superschön. Okay. Gut. Okay. Okay, 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 okay. Das ist doch Frau Lutzbach. Sag doch mal. Im Sportwagen. Ich glaub's ja nicht. Die blöde Kuh. Schnappt mir die Beförderung vor der Nase weg. Und ich reiß mir hier in der Firma jeden Tag den Arm. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay, jetzt nur nicht durchdrehen. Okay, 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 okay. Was sagt der Ratgeber? Was sagt der Ratgeber? Der Ratgeber sagt nein, nein, nein. Nicht durchdrehen. Okay. Was steht hier? Okay, 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 okay. Entdecke die Stärke in deiner Schwäche. Entdecke die Stärke in deiner Schwäche. Ein bisschen Zorn hat noch niemand geschadet. Ich wette, Petroff mal total zorn. Ich dachte, mein impulsiver Typ, der hat was draus gemacht. Impulse in Energie verwandelt. Er hat wahrscheinlich ein Lied komponiert. Da ta ta ta! Ta 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 taa! Ta 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 taa! Ta 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 ta. Das darf ja ja wohl nicht wahr sein! Wer parkt denn so? Da können zehn Leute unten 40 Tonner hin! Und jetzt steht der da wie so ein Affe, ich glaub's nicht. Und ich muss wieder hier ums ganze Karree rum und hinten bei der Waschanlage parken. Ich glaub's nicht. Das regt mich so auf. Ich komm noch zu spät. Ich bin rechtzeitig losgeworden. Das regt mich so auf. Der Ratgeber, nicht noch irgendwas anderes im Petto. Kapitel 17. Fighting statt Soaking. Aus dem Schlaf in den Kampf. Genau, ich wusste, es war ein schöner Brunch. Lea Sophoklisse und Kim Pascal, alle waren ruhig. Es war gut. Aber da lag was auf dem Tag. Da war was. Das war schwierig. Und ich bin dir das. Ich bin dir das, was auf diesem Tag lag. Ich bin dir das. Ich bin dir das. Und ich segne dich. Da nur zwei paar Glück. Gleichzeitig nimm's. Ich segne dich. 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 Ich bin mir das. Ich segne dich. Es funktioniert alles nicht. Na, Rahe? Alles wieder beim Alten? Ja. Sehr gut. Können wir jetzt in den Gottesdienst gehen? Ich bin so gespannt auf den Gottesdienst. Ich habe es. Untertitelung des ZDF, 2020